das ist ja gut was machst du da an der wand ist das der feuer einladen ich kann sie schriftzeichen gelesen ich du mädchen na gut das führt uns zu nichts das ist ein meeting room ja gut gehen wir mal hoch ich baue es eigentlich im practice building keine musik das führt wieder darüber da an dem board ist nichts parodiner schüler freut mich wirklich hi was will die ja gut ist dieses komische pärchen oder sonst wer ja gut gehen wir in die stadt habe ich gesagt wir wollten dazu schreien da war ja im shopping district im shopping district wo man shoppen kann ganz distrikt ach es regnet ja heute stimmt hey ach so dich hatte ich schon okay und du lala rain 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 fall fall rainy days hear the sound as it hits the ground lala rain materials may be found ok rare materials may be found wir können so regnerischen tagen seltenere sachen finden natürlich nur da wo wir auch kämpfen ist klar das behalte ich noch mal hinter kopf was mit dir also das basic der mit diesen regenbogen augen schön gut gut ja was schon jetzt zuletzt noch mal textil shop ist auch nicht so nichts los hier was aber der leute machen wir könnten natürlich noch mal auf den strip aber nochmal zum fluss diese katze sollte auch immer da irgendwo rumlaufen hat man ja gesagt hat man ja gesagt also der typ wird das quest gegeben hat wegen katze füttern warst du das nee der war das nicht warum kann man sich nicht mal unterstellen das ist doof die die flach ja was soll's ach 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 man man ach man ist irgendwas vor dem Haus da geht's ins Haus posttechnisch haben wir nix zu machen go in town nee es ist aber schon abend ich muss noch eine bestimmte Person finden der mich da noch ein weiteres Arcana freischalten kann die Schule hat garantiert nix mehr gehen wir mal zu Jeunesse ach man lief Jeunesse nee wir sind gerade eben hier reingekommen alle in der Pflichtkarte oh ja alle in der Pflichtkarte schicke ja hua Heiß heute, es regnet Joski, es regnet, ab in den Fernseher, ach gut, dann nicht in den Fernseher, wie sieht es mit dem Wetterreport aus, morgen Regen, dann bewölkt Sonic, bewölkt, Gott, wie sieht es so gerade aus, Leute, der Bär, ja, ja, na gut, wir warten weiter auf Schrieße, dass sie sich erholt hat, geh nach Hause und geh uns dann, ja, vor den Fernseher, warum nicht? Return home, evening. Oh, willkommen home, big bro. Jo, ist recht, nichts drinnen, ach ja, das Zimmer gefällt mir irgendwie, es ist nicht groß, aber, sieht gemütlich aus. Midnight Channel gucken, niemand zu sehen. Schade, überhalts, äh, 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 ja, study. Da, 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 langweiliges Mathezeug, äh, und Knowledge is increased, gut, dann können wir jetzt schlafen gehen, bis zum Samstagmorgen, der Regen hört nicht auf, hm, noch immer auf Regen warten, wer bist du eigentlich, das ist auch so ein Regen fern, na, gehen wir in die Stadt, übrigens wäre heute der letzte Tag gewesen, den wir Regen hätten retten können, wenn wir es nicht schaffen sollten, bis zum 10. Juli, ist das Game over, im Bild zu sehen. Ach ja. Gut, angeln. Schon wieder, ja, ich gehe schon wieder angeln. Und heute Abend gucke ich mal in die Glotze hinein, und, ja, Riverbed, geht schneller, als ich da runterlaufe. Das geht dann deutlich schneller, ha, 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 jo, ja. Der alte Monster. Hm. Aber irgendwie sich diese Katze, die hier auch rumschleichen soll, nie. Schade. Ich würde diese Quest-Scammer machen. Aber wenn ich nicht weiß, wie, ne, dann wird es nicht gehen. Dann wird es überhaupt gar nicht gehen. Oh, komm. Fisch, hol dir den Köder, schnapp den Haken und reiße ihn hinab in die Tiefen und Tiefen, Tiefen. Tiefen. Habe ihn doch. Hat aber gedauert, ey. Ember Seema. Wir könnten nochmal, aber, nee, das reicht mir für heute. Ich brauche heute mal nix von dir, alter Mann. Ab nach Hause. Und Fernsehen gucken. Und jetzt das Wetter. Das Wetter. Oh, Nebel. Okay. Das könnte doch bedeuten, wir würden vielleicht was im Fernseher sehen. Was haben wir hier noch? Nichts Interessantes. Ja. Ab ins Zimmer und Fernsehen gucken. Ja. Mitternacht. Nebel. Nichts zu sehen draußen. Gar nichts zu sehen. Und? Niemand zu sehen. Hm. Ist das ein gutes Zeichen? Oder nicht? Die Schilder wird vom Nebel umhüllt. Sonntag. 7. Juli. Sie reden in der Nähe. klasse ob da was passiert sein könnte